Heute war ich wirklich glücklich, denn ich habe von der Bank Safra Sarrazin den Institutional Spotlight Report erhalten. Das ist ein Bericht, der geht nur an die institutionellen Investoren, also die grossen, die ganz grossen von uns, die Pensionskassen. Mit anderen Worten ist es wirklich gute Research. Ich habe mir das angeschaut und diesen Monat geht es um Commodities, um Waren. Safra Sarrazin ist der Meinung, dass heute die ganzen Commodities sehr, sehr günstig sind. Und noch wichtiger, es ist ein Inflationsschutz. Denn wenn die Inflation rauf geht, gehen auch die Commodities rauf. Ein gutes Argument, das zu kaufen. Ich habe den Institutional Report von Safra Sarrazin im Detail gelesen und dann etwas ganz Überraschendes gefunden. Sie haben nämlich gesagt, wenn eine Rezession kommt, dann leiden die Rohstoffe. Und das hat mich überrascht, denn Sie erinnern sich, wir kaufen zurzeit Goldaktien. Gerade deshalb, dass wenn die Rezession kommt, wir eine Versicherung haben mit Gold. Denn Gold geht in der Regel rauf. Das war zumindest meine Hoffnung. Ich habe auf dem Internet weiter nachgeschaut und herausgefunden, dass es auf der Webseite MarketWatch, eine ganz gute Webseite für Anleger, Research zu diesem Thema gibt. Sie haben nämlich herausgefunden, dass in den letzten acht Rezessionen fünfmal Gold an Preis gewonnen hat. Es ist das ein guter Schutz. Ein guter Schutz gegen eine Rezession. Und noch weiter, Sie haben die Korrelation über die Zeit hinweg gemessen. Die war manchmal positiv. Das heisst, Gold ist in die gleiche Richtung gegangen wie die Aktien selbst. Und manchmal war sie eben negativ. Sie ist in eine andere Richtung gegangen. Und heute ist die Korrelation von Gold mit den Aktienmärkten so negativ wie noch nie. Das bedeutet, Gold wird viel stärker steigen, wenn die Aktienmärkte tauchen, als das auch schon der Fall war. Für mich ist es ein guter Grund, nochmals eine Goldaktie zu kaufen. Ich bin auf unsere Webseite gegangen und habe Goldaktien gesucht mit guten Value-Rängen. Dabei habe ich Rangold gefunden, ein südafrikanisches Unternehmen, das schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten in diesem Geschäft ist. Mit einem Value-Rang von 83 ist das ein Kauf, eine Kaufempfehlung. Und ich musste nicht weiter suchen. Ich habe mich entschieden, Rangold zu kaufen. Das war meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018